Was geht ab YouTube, 666 Drake hier. Haben wieder ein kleines Mini-Hobby-Liga-Turnier beim 666 Drake gemacht. Drei Mann, Yu-Gi-Oh-Dragon, Psycho 89 und ich selbst. Ich habe Blue-Eye-Dragon-Router gespielt, der Yu-Gi-Oh-Dragon ist der normale Dragon-Router. Beef um den Booster da drüben und Psycho 89 Spellbook macht jetzt deinen Booster ab. Oder hat er schon was? Ja, Mega-Mewtwo. Moment. Mega-Mewtwo. Mega-Mewtwo, was war das jetzt hier? Ah, oui, ok. Daumen hoch, daumen hoch für Pokémon XY hier. Yu-Gi-Oh-Dragon kräftig am Zocken mit Mega-Mewtwo in Haus. Infanterie. Hier der Propri-Porn-Dragon, oder wie er rum auf Engel. Heiter. 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 Ja, der Musik. Das ist der. Die Japanischen hat zum Beispiel gestimmt. Bam! Das war's für heute.